Musik 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 Leute, komm, ab! Kampfer ist hier. So ist es uns. Einmal nach rechts. Bitte gehen Sie hinter die Arztwährung. 2.500 Beamte sind heute im Einsatz in der gesamten Stadt, weil die Szene angekündigt hat, überall im Stadtgebiet dezentral Aktionen durchzuführen. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir am Objekt selber sind auch genügend Polizeibeamte eingesetzt, um auf alles vorbereitet zu sein und auf alles reagieren zu können. Die das Gebäude übernommen hätte, also die Eigentümer dieses Gebäudes gegeben wären, die dann mit Krediten das finanziert hätten, aber wenn der Eigentümer sich nicht sprechen lässt, dann kommen sie nicht weiter. Wir haben auch beim Senat, dafür ich versuche Hilfe zu bekommen, leider war das wenig hervorragend. Also gerade die Sozialdemokraten schienen da nicht besonders engagiert zu sein und das mal positiv nachzudenken. Was ist denn das für eine Demo? Wir haben nicht zum Kotzen Sack! Wir haben nicht zum Kotzen Sack! Wir haben nicht zum Kotzen Sack! Was hat der gemacht? In weiß! Was ist das? Hey! 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 Deine Arme! Deine Arme! Hey! Das ist kein Facken! Was? Non bin der In der Du no f udah Ichvero Das ist kein viveres Tin das Das ist kein Was? Nein! Das ist kein Garten Vielen Dank.